Hier haben wir einen Houten, schön winden, schön sein und schön liegen und wenn man fährt, geht es natürlich nach vorne am Bus ist traumhaft schön Hier der Hafen von Abu Dhabi und hier sind dann die Türme das ist wieder ein bisschen diesig und das sieht wieder aus gut aus hier sind die Muschel so weiß ich